Dann nochmal ein herzliches Hallo. Ich möchte Sie gerne begrüßen zum D&C Dialog im Zirkus. Neu Dialog im Zirkus. Die offene Diskussion wird Ihnen vom NewsCout präsentiert. Die erste Veranstaltung hatte das Thema Videospiele, Kinenspiele, Auswirkung auf die Gesellschaft. Die offene Diskussion wird im Abstand von zwei Monaten durchgeführt. Nehmen Sie einfach mal teil, es wird sich lohnen. Der Eintritt ist frei und bei jeder Veranstaltung wird ein sozialer Gedanke finanziell unterstützt. Und ein scharfer Wind ist vorworte unsäglichen Schreckens. Der Eintritt ist frei und bei jeder Veranstaltung wird ein sehr guter Gedanke finanziell. Der Eintritt ist frei und bei jeder Veranstaltung wird ein sehr guter Gedanke finanziell. Der Eintritt ist frei und bei jeder Veranstaltung wird ein sehr guter Gedanke finanziell. Der Eintritt ist frei und bei jeder Veranstaltung wird ein sehr guter Gedanke finanziell. Hier reden wir von 400 bis 500 Entwicklern mit Kosten von ca. 40 Einarbeit. Es gibt keine Eintritt, die wir für die Kinder enthalten. Das Etik, insbesondere können wir versuchen, diverse Aufgaben im Kontext zu lösen. Das ist eben wieder, was wir die Eltern tun. Die Kinder konnten zum Beispiel die Kinder verraten haben. Das ist ein Grund, das ist ein Grund, das ist ein Grund. In diesem Ankehrschluss war leider auch festgestellt, dass viele Kinder, die Kinder, die die Kinder, die die Kinder verraten haben, die die Kinder verraten haben. Das ist ein Grund, das wird bevor wir gemacht haben, dann kann er ja auch nicht sein. Waiting for the right clothes to shine. Keep on. Geht's! 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 Das war's für heute. auch im Zirkus, die offene Diskussion wird Ihnen vom Gespräch integriert. Die erste Veranstaltung hat das Thema Videospiele, Kinderspieler, Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die offene Diskussion wird im Abstand von zwei Monaten durchgeführt. Nehmen Sie einfach mal teil, es wird Sie klonen. Der Eintritt ist frei und bei jeder Veranstaltung wird ein sozialer Gedanke finanziert und unterstützt.